Warte, dieses Schrei mehr. And I get 16 wins. Gelerne! Bitte kein Van Basten! Waaaaaahhhh! Kruuuuuuuuuf! Oh mein Gott Digga Wie kann man den nicht machen Oh Neymar du bist der Beste So ein guter Run Safe grätscht Was war das denn Stopp 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 Junge hat der gerade Breakdance gemacht was hat der gemacht Das ist es Was Nein Nächste 100k set Was das Hero Junge Ginola Was das denn Jetzt laber kein scheiß Das Spiel wurde gerade abgefiffen Wenn mir das jetzt als Niederlage anerkannt wird Dann Digga Dann war es das auch mit dem Saftladen Digga Abbruch Multiplikator Digga das Spiel ist vorbei gewesen Der Schiedsrichter hat doch schon abgefiffen Hey Das war doch drehen Oh Big Oh mein Gott Wir haben es geschafft Wir haben es geschafft Oh mein Gott Wir haben sie dann gezogen Wie geil Voll umgerumpst Hä Geht das Spiel weiter Oder was Was ist das denn Nein Hä Und was machen wir jetzt Hello can you play My game is lagging Ja Aber dann Also die drei höchstens Aber der Rest wäre Kranke Zuschauer Iconpicks Bei Fifabio Was ist das für ein Pick Was ist Was für Was ist das für ein Pick Oh mein Oh mein Gott Oh mein Gott Ach man Wirklich Schieß jedes Mal Eine andere Ecke Und immer verschieß ich Perfekt Aus zwei Metern grün getroffen Geht trotzdem nicht rein Ja ja War kein Absatz War kein Absatz Pili Was Digga Pili Alter Bist du betrunken Der ruft doch den Torwart Der Messi kann nicht passen Das werdet ihr auch gleich Im Spiel sehen Der Icardi kann auch nicht passen Also passen tut keiner meiner Spieler Die können alle nur rennen Schießen Dribbeln Verteidigen Und haben eine gute Füße Deswegen ist das Deswegen sind die Päste so kacke Seit dem Pätsch Ruhig bleiben Bitte gib mir auch so Dings Man of the Match Dahinter Kaimundi War klar Ey Ich hab's gerade gesagt Nein Mann Goal 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 Wie geht das denn Ich bin gegen Full Totty Schade Oh Mann Ich hab ihn da so gefickt Ey ich bin so gut Nehmt mir das Spiel weg Digga ne Dieses Spiel ist so ein Bastard Game Digga Guckt euch dieses Gümel Game an Digga Der köpft ja nicht mal Guckt euch das mal an FM AP auf der 6 Geht bestimmt auch Nein Ich bin ja das überall so Oh mein Gott Oh mein Gott Ja Du bist frisch Oh mein Hä Nehm den Ball an Was ist mit dir denn los Das hat länger gedacht als gedauert Ey sag mir ehrlich Du bist doch komplett auf den Kopf gefallen oder Du hattest 77% Ballbesitz in der ersten Halbzeit Du spielst als ob deine Schwester hier auf dem Spiel steht Verlierst dann noch Und heulst dann noch rum Also du Bist wirklich Was ganz besonderes Bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal